Nee, Junge, also sowas möchte ich nicht im Haus haben. Mit Vogelspinnen kannst du mich jahen. Ich will sowas nicht. Spinnen setzen wir ja raus, ja. Aber ich möchte die hier nicht in einer Wohnung haben. Und schon gar nicht würde ich mir hier ein Terrarium zulegen, wo ich so eine Vogelspinne halte. Du, das muss man mögen oder nicht mögen. Jedem sei eine Sache. Aber ich hätte nie eine Freundschaft mit jemandem geschlossen oder wieder hingegangen, der sowas gehabt hätte. Das wäre mir alles nischt, Siegfried. Da würde ich denken, jedes Mal, wenn ich da hinkomme, dass das Tierchen da irgendwo rumkrabbelt oder unter dem Bett sitzt. Das wäre mir nischt. Das wäre mir nischt. Nee, nee, lass mal. Lass mal, Siegfried. Du wolltest dir ja auch mal eine zulegen. Ich kann mich erinnern. Naja. Naja, da hast du uns veräppelt, wa? Da hätte ich gedacht, naja, also, wäre schwierig gewesen mit Besuch und wir wären nicht mehr gekommen. Komm. Vielen Dank.